Hallo, hallo! Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, ich war jetzt einen kurzen Moment mal nicht online gewesen bzw. es gab kein neues Video von mir, aber vielleicht hat es der ein oder andere ja auf meiner Instagram Story oder in meinem WhatsApp-Status verfolgt. Ich hatte das Vergnügen, auf der Sensi Incentive-Reise auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff durch Norwegen zu schippern und deswegen war es einfach ein bisschen ruhiger um mich. Ich werde auch definitiv noch mein Video zusammenstellen von der Incentive-Reise und euch da nochmal ausführlich drüber berichten. Allerdings, ja, ich und die Technik sind manchmal nicht so gute Freunde. Deswegen dauert das noch ein kleines Momentchen, bis ich das Video so zusammengestellt habe, damit ihr auch ein paar Impressionen noch mitsehen könnt und ja, ich möchte es einfach schön machen. Genau, aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Da kriegt ihr noch schönes Anschauungsmaterial und ich erkläre euch auch so ein bisschen, wo drum es bei der ganzen Geschichte überhaupt ging. Ja, ich hatte es schon ein bisschen angekündigt. Ich habe Post bekommen von einem, ja, von einem neuen Event von Sensi. Das heißt neu, es geht um die Sensi Family Reunion und die gibt es für alle Sensi-Berater einmal im Jahr und es ist eigentlich eine Live-Veranstaltung. Durch Corona wurde es jetzt auch online angeboten, dass man online das Ganze schauen kann. Aber eigentlich ist die Veranstaltung dieses Jahr live in London jetzt am Freitag. Dadurch, dass ich jetzt schon auf der Incentive-Reise war und ich ja noch die zwei kleinen Kids zu Hause habe, hat es bei mir jetzt nicht gepasst, dass ich live hinfahre. Aber ich bin natürlich online angemeldet und das, da freue ich mich auch schon mega drauf. Das werde ich auch nicht alleine schauen. Ich schaue das mit meinem Team zusammen, hier bei mir zu Hause und ich freue mich schon mega, weil einige Mädels davon habe ich noch nie live gesehen. Ja, man hat sich über Instagram kennengelernt, über Facebook oder sonstige Wege und da freue ich mich jetzt mega drauf. Und dafür ist eben hier ein Paket bei mir angekommen, denn jeder, der da teilnimmt, bekommt von Sensi da so eine Box mit so einem Teilnehmer-Kit. Und da bin ich natürlich schon ganz gespannt, was da drin ist und wollte das jetzt mit euch zusammen auspacken. Weil aber schon viele gefragt haben, was ist denn das überhaupt, wo drum geht es denn da? Dachte, ich erzähle auch einfach nochmal zwei, drei Sachen dazu. Ich hatte ja schon gesagt, es ist ein Treffen eigentlich, was einmal im Jahr stattfindet. Also es ist natürlich dafür gedacht, dass wir Berater uns untereinander austauschen können, uns kennenlernen können. Auf der Live-Veranstaltung wird natürlich gefeiert, es gibt Live-Musik, es gibt Coachings, also Vorträge, die man sich anhören kann, wo Berater einfach auch von ihrer Geschichte erzählen, wie sie angefangen haben, was sie so tun, was ihnen besonders viel Freude macht. Und da wird man natürlich mega inspiriert, kriegt wieder neue Ideen, neuen Schwung mit. Und es ist natürlich auch genial, wenn man die Kollegen mal live kennenlernen kann. Es werden neue Freundschaften verknüpft. Und ja, was natürlich das Riesen-Highlight ist, wir bekommen auch schon einen Einblick, was Sensi in der nächsten Zeit so für uns vorbereitet hat. Also wir erfahren, wo die nächste Incentive-Reise hingeht. Und das ist natürlich jetzt für mich, nachdem ich an einer teilgenommen habe, möchte ich keine mehr missen. Deswegen bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, wo die nächste Reise hingehen wird. Und natürlich auch, was man dafür machen muss. Und das ist auf jeden Fall schon das nächste Ziel, denn egal, wo es hingeht, ich möchte nochmal in dieser Sensi-Community reisen. Es war einfach so geil, ich kann es gar nicht anders sagen. So, so schön, mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Und ja, genau. Und da erfahren wir eben, wo die nächste Reise hingehen wird. Das ist übrigens nichts, was sich niemand erarbeiten könnte, der jetzt neu anfängt. Also alle die, die vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt haben, mal Beraterin zu werden. Oder die vielleicht meine Storys verfolgt haben und gesagt haben, ich möchte auch voll gerne mal bei so einer Reise mit dabei sein. Ihr habt nichts zu verlieren. Am 1.8. startet der Qualifikationszeitraum, wo man sich dann die Punkte erarbeiten kann, um eben mit auf die Reise zu kommen. Und da gibt es keine Voraussetzungen. Man muss keinen bestimmten Titel haben oder so und so lange schon mit dabei sein. Im Gegenteil, man bekommt auch Punkte, gut geschrieben, für die persönlichen Aufstiege. Und da ist es natürlich für die, die neu anfangen, zum Teil auch ein bisschen einfacher, weil die ganz, ganz viele Punkte schon für ihre eigenen Startaktionen sozusagen bekommen. Also es gibt einige, die nur angefangen haben, weil sie auch immer mit bei so einer tollen Reise dabei sein wollten. Genau, also wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, meldet euch gerne. Dann können wir das persönlich noch ein bisschen bequatschen. Genau, und was erfahren wir noch? Wir erfahren meistens, ich weiß natürlich nicht, was alles kommen wird, aber letztes Mal konnten wir dann schon einsehen, was bringt die Herbstkollektion, was hat sich Sensi einfallen lassen für Weihnachten. Also so ein kleiner Blick in die Zukunft. Die Mädels, die das Glück haben, die live vor Ort sein werden, ich glaube, vielleicht könnten die sogar schon mal das ein oder andere Produkt in den Händen halten können und schon mal angucken. Und ja, ich meine, wir Berater, wir sind natürlich mega sensifiziert und freuen uns über alles, was neu rauskommt und das zu entdecken und zu sehen und ja, vielleicht sogar neue Düfte zu erschnuppern oder so. Von daher ist das einfach ein riesen, riesen Highlight. Steht auch auf meiner To-Do-Liste fürs nächste Jahr, aber dieses Jahr bin ich schon happy, dass es mit der Incentive-Reise geklappt hat. Und wie gesagt, wir machen es uns ja trotzdem schön, denn bei Sensi ist ja niemand alleine und ich freue mich riesig, auf Freitag meine Mädels dann zu sehen und gemeinsam mit denen dann online zu verfolgen. Genau, also das ist die Sensi-Family-Reunion. Nächstes Jahr, wenn ich dabei bin, nehme ich euch da natürlich auch mit. Aber ich bin mir sicher, die Kolleginnen, die live vor Ort sein werden, werden auch das eine oder andere mit uns teilen. Und wie gesagt, wir sind ja auch online mit dabei und kriegen alles mit. Und ja, ich packe hier nebenbei gerade schon mal den Karton aus beziehungsweise habe den schon mal aufgeschnitten. Und da kann man schon sehen, dass da Spaß drin ist. Ja, mega cool. Mega cool. Krass. So, Kiste ist leer und hier ist das Kit. Also so schaut es aus. Und es sieht schon mal aus, als ob es Spaß macht. Und dann packen wir mal aus. Ich mache so, ihr dürft es zuerst sehen. Oh, was ist denn das? Sensi ist. Okay, ich muss es umdrehen. Ich kann es nicht lesen. Sensi ist you. Ah, Sensi ist you. Und dann haben wir das auf verschiedenen Fragen hingestellt. Also Sensi ist du. Also weil wir machen ja Sensi. Und Sensi ist das, was wir daraus machen sozusagen. Ja, cool. Und dann gibt es hier sowas zum Ausschneiden. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es auch so einen kleinen interaktiven Teil, wo man was mitgestalten kann. So, was haben wir noch drin? Wir haben ein Anhängerchen, glaube ich. Ach, das ist so ein Band, was man sich umhängen kann, wenn man live dabei ist. Aber wir werden uns natürlich auch fragen, wenn wir online schauen. Ach ja, okay. Und dann ist das so ein Bändchen, was man sich umhängen kann. Ja, sehr cool. Und da ist wahrscheinlich, ja, aha, ist wahrscheinlich auch noch hier so ein durchsichtiges, durchsichtige Folie mit dabei. Und hier ist nochmal so ein, wie nennt man das denn, so eine Karte mit dabei, wo man selber nochmal aufschreiben kann, was Sensi für einen selber bedeutet. Und das kann man dann hier reinmachen. Ich nehme an, dass es dafür ist. So. Ich kann mal da auch das Handy mit reinstecken, wenn das passt. Ach ja, okay, jetzt macht es Sinn. Und dann wird das einmal hier dran geknipst. Und wird einmal, zack, hier dran geknipst. Aha. Und dann kann man sich das so umhängen. Sehr cool. So, was haben wir da noch? Ah, ein Heftchen. Sensi is you. Ach, cool. Und da können wir uns quasi Notizen machen. Ein kleines Notizheftchen. Ja, goldig. Und das ist alles mit diesen Emojis versehen. Ach, wie schön, wie schön. So, was haben wir noch hier drin? Ach, cool. Das sind, ich hole sie mal raus. Das sind so Bettes, die man quasi hier dran kleben kann. Wo dann die verschiedenen Auszeichnungen draufstehen, die man hat. Beziehungsweise bei mir steht jetzt hier Germany, Deutschland, weil ich aus Deutschland komme. Wir haben ja Berater von der ganzen Welt mit dabei. Dann haben wir den Annual Mentor Award. Ah, da bin ich so stolz drauf. Weil beim Mentor Award geht es halt ums Mentoring, sprich um Teammitglieder, um wie man sich um sein Team kümmert. Und da habe ich eins für bekommen für Annual Sales. Also da geht es um die Verkäufe, die man im Jahr macht. Das ist auch eine besondere Auszeichnung, wo ich schon ein bisschen stolz drauf bin. Und dann hat man noch ein Batch mit seinem Titel drauf. Genau. Und die kann man sich dann hier drauf machen. Genau. Sehr cool. So, und dann seht ihr vielleicht schon hier. Das war nämlich das Motto vom letzten Jahr. Könnt ihr das sehen? Ich mache es mal ein bisschen hoch. Das war nämlich auch Sensi Family Reunion 2021. Da war ich auch schon mit dabei. Aber da war es auch wirklich nur virtuell. Wegen Corona. Genau. So, und hier haben wir das T-Shirt für dieses Jahr. Und ich bin schon gespannt, was drauf ist. Wahrscheinlich, ich nehme an, es werden Emojis sein. Cool. Und es ist schwarz. Schwarz ist immer gut. Ich mag schwarz. So. Ich gucke mal, was da drauf ist. Was da drauf ist. Ach ja, sehr cool. Also, oh, das ist ein bisschen arg groß. Ein bisschen arg groß, aber hey, mega hübsch. Schaut mal. Sensi is you. Ich finde das so passend, weil Sensi ist halt echt das, was wir da draus machen. Für den einen ist es ein Nebenjob. Für den anderen ist es ein ganz neues Lebensgefühl. Für den nächsten ist es Freunde finden. Für den nächsten ist es vielleicht einfach eine Verbesserung vom Leben, weil man sich halt ein bisschen Gehalt nebenbei dazu verdienen kann. Und deswegen ist dieser Spruch Sensi is you halt total passend. Ups, jetzt habe ich es verknallt. Da ist es nochmal. Ich freue mich schon. Also ich vermute, es ist ein bisschen groß, aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache es passt. Ja, und das kriegt man quasi dann immer so kleine Überraschungen in diesem Kit mit drin. Genau, unabhängig davon, ob man online dabei ist oder ob man live vor Ort ist. Aber wir werden natürlich alle unsere T-Shirts rocken. Und ja, dann mache ich euch natürlich Bildchen und wenn ihr mögt, nehme ich euch auch ein bisschen mit auf unsere kleine selbstgemachte Family Reunion am Freitag. Genau, also das zum Thema Sensi Family Reunion. Und wie gesagt, wenn ihr da noch Infos zu haben wollt oder wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich wäre ich auch gerne mal mit dabei, schreibt mich einfach an und dann können wir das nochmal besprechen. Aber ich mache sowieso in naher Zukunft nochmal ein Video zum Thema Beraterin werden. Einfach weil in der Zwischenzeit, vor allem auch während ich weg war, die Fragen sich gehäuft haben zu dem Thema. Und ich dachte mir, wir können das einfach auch in einem Video zusammen besprechen, dass alle was davon haben. Denn ich sage mal, die Fragen, die so aufkommen vor dem Start, sind ja bei allen meistens ähnlich. Und dann haben wir einfach mal so eine Zusammenfassung von allen Fragen. Genau, also das kommt auf jeden Fall noch. Worüber ich aber jetzt heute unbedingt noch mit euch sprechen wollte, ist der Mai. Wir haben ja nur noch heute und morgen Mai. Genau, heute ist Montag und dann ist Dienstag. Also Montag, Dienstag ist noch Mai und am Mittwoch haben wir schon den 1. Juni. Und es gibt jetzt nur noch im Mai bestimmte Angebote. Also ich habe das gestern noch schon mal reingepostet. Mein persönliches Highlight, wo ich sage, das ist was, wo jeder nochmal zuschlagen sollte, ist und bleibt die Riffbox diesen Monat. Also wenn ihr die Riffbox noch nicht kennt, die Riffbox ist eine Überraschungsbox von Sensi. Habe ich gerade eine hier? Ne, natürlich nicht. Es ist so eine Box, die sieht schon total spaßig aus und da ist halt ein Überraschungsinhalt drin. Die kostet 42 Euro und der Inhalt da drin hat meist einen Warenwert von um die ca. 50 Euro. Also man spart in jedem Fall bei so einer Box. Aber diesen Monat lohnt diese Box sich richtig, denn zum einen ist sie so ein bisschen dem Thema Star Wars gewidmet. Also da sind kleine Star Wars Goodies mit drin. Und zum anderen ist der Wert von dieser Box, die ihr für 42 Euro bekommt, bei knapp 80 Euro. Also ihr zahlt 42 Euro und bekommt eine Box zugeschickt mit Überraschungsinhalt. Auf Wunsch schicke ich euch auch ein Bild, wenn ihr wissen wollt, was drin ist. Ist auch kein Problem. Aber ursprünglich ist es halt als Überraschung gedacht. Und dann habt ihr da drin Sensi-Produkte im Wert von knapp 80 Euro diesen Monat. Und das gibt es nur noch, wenn ihr die heute oder morgen bestellt. Alle, die ab Mittwoch bestellen, bekommen schon die Wolfbox für den Juni. Ja, also da wissen wir halt nicht, was drin ist. Das ist halt wieder eine Überraschung. Ich hole sie mir trotzdem, weil ich liebe Überraschungen und ich liebe Sensi. Und ja, dann passt die Wolfbox ja mega dazu. Genau, also das ist so mein Highlight, wo ich sage, jeder, der noch nicht zugeschlagen hat, holt euch die Wolfbox mal. Ihr kriegt kein besseres Angebot. Also es ist echt mega. Und ansonsten haben wir ja noch unsere Muttertags-Kollektion. Die ist noch komplett verfügbar. Da waren ganz, ganz tolle Düfte mit drin, wenn ihr der blumige Typ seid. Ja, also da war Whipped Vanilla. Nee. Oh Gott, jetzt kriege ich den Duft nicht hin. Lavendel mit Whipped Vanilla. Also es war ein Lavendelduft, der mit Vanille versetzt ist. Wobei ich finde, die Vanille ist ganz sanft im Hintergrund. Also es ist schon ein krasser Lavendelduft. Also für jeden, der Lavendel mag, schaut noch mal rein. Auch den gibt es nur noch diesen Monat. Zu der Muttertags-Kollektion haben aber ja noch andere Angebote dazugehört. Zum Beispiel, wenn ihr euch die Mini-Duftlampe Whispy Willow oder die Mini-Duftlampe Glitter Rosé holt, dann bekommt ihr einen Bar gratis dazu geschenkt. Also 8,50 Euro. Einfach mal so. Und wenn ihr euch die große Duftlampe Crush Diamond holt, dann habt ihr sogar zwei Bars, die ihr euch kostenlos dazu aussuchen könnt. Schaut euch die mal an. Ich kann sie vielleicht auch in meiner Story nochmal zeigen. Crush Diamond ist wunderschön. Das ist eine Lampe, die mit Spiegelmosaiken versetzt ist. Und dazwischen ist dunkles Mörtel. Also die ist wunderschön und ein absolutes Highlight. Und ja, wie gesagt, da kriegt ihr im Mai nur noch heute und morgen zwei Bars gratis geschenkt. Das heißt, da habt ihr glatt 17 Euro gespart. Für alle Duftblumen Fans, die habe ich jetzt mal hier stehen. Das ist eine Duftblume, in dem Fall habe ich sie angemalt. Und sie riecht noch nach Winter. Sie ist Winterberry Apple Tea, aber den Duft kann ich immer riechen. Und die kostet normalerweise 22,75 Euro und beduftet so circa drei Monate euer Zuhause. Im Mai bekommt ihr die aber mit 20% Rabatt. Auf eine Duftblume bekommt ihr 20% Rabatt. Oder ihr könnt euch auch das Dreier-Set nehmen. Im Dreier-Set spart ihr sowieso schon was und bekommt da on top auch nochmal die 20%. Genau. Ja, dann, was haben wir noch im Mai? Wir haben im Mai noch den Duft des Monats Mai, den ihr mit 10% bekommt. Das ist der Clementine-Duft, also mit Clementinen, so ein bisschen citrusmäßig angehaucht. Den bekommt ihr nur noch im Mai mit 10%, genauso wie die Duftlampe des Monats Mai. Okay, die ist auch nur noch diesen Monat mit 10%. Das ist die Iridescent Bubble und ist eine wunderschöne, durchsichtige Lampe mit so einem Perlmuteffekt drin. Stelle ich euch auf jeden Fall auch nochmal Bildmaterial dazu rein. Ja, das ist echt eine wunderschöne Lampe und die kriegt ihr heute und morgen noch mit 10% Vergünstigung. Und wenn ihr jetzt sagt, oh leider waren so viele Sachen mit dabei, wo ich eigentlich gerne nochmal zuschlagen würde, ich schaffe es aber vielleicht jetzt so kurzfristig, nicht mehr eine Party auf die Beine zu stellen oder würde gerne trotzdem auch noch zusätzlich davon profitieren, dann kann ich euch nur ans Herz legen, sagt mir Bescheid und macht euch, bevor ihr eure Bestellung abgebt, einen sogenannten Shopping-Link bei mir. Ihr bekommt dann einen Link zu meiner Webseite, worauf ihr shoppen könnt. Ihr könnt diesen Link auch gerne an eure Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, wen auch immer weitergeben und alle Bestellungen, die über euren Link getätigt wurden, werden darauf angespart. Und dann habt ihr maximal 90 Tage Zeit, um zu sammeln an Bestellungen von euch selber oder eben von euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Und nach diesen 90 Tagen gucken wir, was ist für ein Umsatz auf eurem Party-Link generiert worden oder Shopping-Link, wie ihr es nennen möchtet. Und dann bekommt ihr dafür auch Prämien, so als wenn ihr Gastgeberin gewesen wärt. Ab 295 Euro gibt es bei Sensi Prämien, da bekommt ihr schon ein Artikel zum halben Preis und ihr bekommt 10% von eurem Party-Umsatz, den ihr frei verpulgern könnt und euch was Tolles aus dem Katalog aussuchen könnt für lau, also für geschenkt, für gratis. Und wenn ihr, die nächste Stufe liegt bei 515 Euro, dafür könntet ihr euch hier oben unseren Premium-Diffusor holen oder aber auch, wenn ihr sagt, nee, der reizt mich jetzt vielleicht nicht so, dann könnt ihr euch zwei Produkte zum halben Preis aussuchen. Also entweder den Diffusor oder zwei andere Produkte eurer Wahl zum halben Preis. Das kann eine große Lampe sein, das kann ein Sparpaket von Wäsche oder ein Sparpaket von Body sein. Also auch auf die Sparpakete, das kann ein Sachser-Pack-Bars sein, den ihr euch zur Hälfte holt, was ihr wollt und mit dem 515 Euro Umsatz kriegt ihr dann schon 51 Euro frei zum Ausgeben. Ist das nicht geil? Also wer möchte nicht Sensi-Produkte für geschenkt haben? Ja, also die Möglichkeit besteht immer. Ihr könnt euch immer so einen Shopping-Link bei mir beantragen, das ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt es auch kein Limit für oder keine Teilnahmebestimmung, was auch immer. Wenn ihr Bock auf einen Shopping-Link habt, dann schreibt ihr mir einfach und dann mache ich euch einen Shopping-Link und dann kriegt ihr, wie gesagt, einen Link für euch selber und für alle anderen, die da mitbestellen wollen. Und dann könnt ihr auch außerhalb von einer Party euch die Sensi-Produkte dann kostenlos und zum halben Preis ergattern. Genau, also ich glaube, jetzt habe ich alle Angebote... Ach, da schauen ein paar zu. Hallöchen! Hallo Jenny! Ich glaube, ich habe jetzt alle Angebote euch erzählt, die wir noch haben. Vatertagskollektion, Muttertagskollektion, Duft des Monats, Lampe des Monats, Whiffbox, 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 Whiffbox! Also ihr merkt, ich bin begeistert von der Whiffbox. Unabhängig davon, ob ihr Star Wars Fans seid oder nicht, alleine der Inhalt ist der Knaller. Und ja, ich stehe jetzt zur Zeit total auf unsere Sommerkollektion und in der Whiffbox sind auch schon ein paar Düfte von der Sommerkollektion drin vertreten. Also das ist auch noch so ein Pluspunkt, wo ich sage, holt euch die Whiffbox Mai unbedingt noch. Heute oder morgen, ja. Ihr könnt euch auch da der Sammelbestellung anschließen, aber kleiner Tipp von mir, jeder, der eine Whiffbox haben möchte, holt die euch lieber über den Sensi-Club. Falls ihr den Sensi-Club noch nicht kennt, ich erkläre es euch gerne nochmal. Der Sensi-Club hört sich immer für viele an. Club, OO, Abo-Falle? Nein, haben wir nicht. Also ihr könnt euch im Sensi-Club erstellen. Dafür geht ihr auf meine Webseite. Ganz unten steht Sensi-Club. Registrieren. Und da könnt ihr euch ein sogenanntes Club-Abo erstellen. Aber dieses Club-Abo habt ihr da nicht für die Ewigkeit oder seid da dran gebunden. Ihr könnt euch dieses Club-Abo einmal holen und könnt es danach direkt wieder rausnehmen. Und dann ist es raus, ja. Warum empfehle ich euch, dass ihr euch die Whiffbox über den Club holt? Ganz einfach, weil ihr im Club 10% Rabatt bekommt ab einem Club-Abo von 42 Euro. Und die Whiffbox kostet ja genau 42 Euro. Das heißt, ihr kriegt die dann auch noch mit 10% Rabatt. 10% sind minus 4 Euro. Also dann seid ihr bei circa 38 Euro für eine Whiffbox mit einem Inhalt von knapp 80 Euro. Ist das denn mega? Also ich finde das genial. Ich weiß nicht, wie Sensi das macht. Es ist wahrscheinlich einfach mal so ein Goodie, auch den Kunden was zurückzugeben. Also es ist eine Wahnsinns-Box. Und ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Holt euch die Whiffbox. Mei. Genau. Und wenn ihr ganz schlau seid, packt sie euch in den Club. Dann könnt ihr entscheiden, wenn ihr die Whiffbox bekommen habt, möchte ich mir die vielleicht jeden Monat, jeden zweiten oder jeden dritten Monat gönnen. Also ihr entscheidet bei dem Club, wie oft möchtet ihr das zugeschickt haben. Ihr könnt ihn auch erstmal auf alle drei Monate setzen. und könnt dann entscheiden, hat mir die Whiffbox jetzt gefallen oder hat sie mir nicht gefallen. Wenn ihr sagt, okay, ich brauche sie danach nicht mehr, dann nehmt ihr die einfach raus. Also das ist überhaupt kein Problem. Ihr seid dann nicht in irgendeiner Abo-Falle oder sowas. Verspreche ich euch, habt ihr mein Wort für, macht euch den Club, damit ihr die 10% auf die Whiffbox bekommt. Und danach, wenn das eine einmalige Sache ist und ihr wollt die danach nicht nochmal wieder haben, überhaupt kein Problem, dann nehmt ihr sie einfach wieder raus. Genau. Ja, also ich glaube, das waren alle Angebote des Monats. Ja, ich bin gespannt, was der nächste Monat bringt. Aber ich bin gedanklich noch so im Mai, weil ich mir einfach denke, warum soll man mehr bezahlen für seine Produkte, wenn man sie doch günstiger haben kann. Ach, ich sehe gerade. Ich habe die Whispy Willow auch hier. Das ist die Whispy Willow, die ihr in dem Muttertagsangebot bekommt. Mit einem Bar gratis. Also, falls die euch gefällt. Also, kommt hier hinten in die Steckdose rein. Habt ihr hier den An- und Ausschalter. Die Lampe fängt dann an zu leuchten. Und hier oben kommt euer Wachs rein. Genau. Also, die gibt es noch heute und morgen, wenn ihr die bestellt. Mit einem Bar gratis. Müsst ihr aber aufpassen. Das müsst ihr unter dem Muttertagsangebot in Warenkorb machen. Oder ihr schreibt mir einfach eine Nachricht und dann kann ich sie gerne über die Sammelbestellung für euch mitbestellen. Genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bei uns regnet es heute aus Strömen. Aus Eimern, wie man sagen möchte. Kein schönes Wetter. Ich glaube, ich werde heute mal meine Lampen ein bisschen umdekorieren. Ja, ich habe nämlich die neue Lampe des Monats. Und die aktuelle Lampe des Monats, die geht bei mir immer mit auf die Partys. Die habe ich dann immer mit dabei. Und deswegen hat die bei mir keinen festen Standpunkt. Aber die ist so hübsch. Jetzt, wenn sie nicht mehr die Lampe des Monats ist, ab Juni, wird die bei mir einen festen Standort bekommen. Und ja, dann freue ich mich jeden Tag über mein Lämpchen. Und ich glaube, ich werde auch mal die Lampe aus der Sommerkollektion jetzt aufstellen. Auch wenn ich sie dann wieder abbauen muss, um mit auf die Party zu nehmen. Aber die ist wunderschön. Schaut sie euch gerne mal an. Es ist eine goldene Lampe mit solchen Blättern drauf. Und ich habe eine orange Glühbirne reingemacht. Und dann schaut die aus wie so ein Sonnenuntergang. Also es ist mega, mega hübsch. Genau. Also in diesem Sinn, wie schön, dass ein paar mit dabei waren und mit zugeschaut haben. Freue ich mich jedes Mal. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist so, so toll, dass es euch gibt. Ohne euch würde ich mein kleines Sensi-Business gar nicht haben. Deswegen vielen, vielen Dank an alle von euch. Und ja, schaut gerne nochmal rein. Wenn ich euch helfen kann, dann meldet euch. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ach ja, kleiner Teaser. Ich habe die Bring Back My Bart Düfte. Die sind auch schon gegossen für Pröbchen. Die sind nur noch nicht im Tütchen, weil gerade überall die Tütchen ausverkauft sind. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Und wir machen da auch noch ein Video zusammen und schnuppern die zusammen durch. Denn die Bring Back My Bart Düfte sind mega, mega, mega gut. Und die sind ab 1. Juni verfügbar. Deswegen machen wir da auf jeden Fall noch ein gemeinsames Schnuppern-Video. Da könnt ihr euch noch drauf freuen. Genau. So, jetzt aber Schluss für heute. Macht's gut. Macht's euch gemütlich. Macht euch euren Lieblingsduft an. Kuschelt euch ein, wenn ihr auch so ein Wetter habt, wie wir hier. Ansonsten, wenn ihr Sonnenschein habt, viel Spaß beim Planschen. Und ja, bis bald. Kuschelt euch ein, bis bald.